Früher gab es in jedem Dorf, in jeder Stadt mindestens einen Männergesangverein. Seit 1990 hat sich die Zahl der Männerchöre in Baden halbiert. Es ist dramatisch, der Nachwuchs fehlt. Mein heutiger Gast sagt, klassische Männerchöre werden verschwinden und die kommen auch nicht wieder. Bernhard Schmidt ist 41 Jahre alt. Er ist Chorleiter aus Freiburg, unterrichtet an den Musikhochschulen Freiburg und Mannheim. Er ist auch im Vorstand des Vereins Freiburger Chorstadt und damit auch Mitinitiator der Freiburger Chornacht. Hallo Herr Schmidt. Hallo. Herr Schmidt, wir haben es gerade gehört, diese dramatische Zahl seit 1990, seit dem Wendejahr, oder Jahr 1 nach der Wende, hat auch so eine Wende praktisch bei den Männerchören eingesetzt. Die Zahl ist halbiert. Haben Sie eine Erklärung für diesen Trend? Das sind sicher verschiedene Erklärungen, die dazu führen. Da kann man schwer generalisieren. Ein paar Dinge kann man, glaube ich, aus der Geschichte ableiten. Dass das Männerchorwesen an sich ja eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts ist, also dass überhaupt das Bürgertum begonnen hat zu singen und sich zu organisieren in Vereinen und natürlich auch eine Versammlung von Menschen waren, die da auch politische Ziele diskutiert haben, also die unter dem Deckmantel der Kunst und des Singens eben auch nationale Lieder, auch die Bürgerrechte, die Vereinigungen der Teile Deutschlands vorantreiben wollten, sich eben da politisch engagieren wollten. Und sehr lange war das quasi so ein Motiv, dass man sich so als eine der Säulen der Gesellschaft gesehen hat in diesen Männerchören. Und je mehr dieser Ziele erreicht wurden, also schon in der Weimarer Republik sieht man, blühen die gemischten Chöre auf und die Männerchöre nehmen in ihrer Bedeutung etwas ab. Dann kam die unselige Zeit des Zweiten Weltkriegs. Da sind vor allen Dingen eben der Deutsche Sängerbund und so sind auch gleichgeschaltet worden und waren da schon recht stramm rechts unterwegs, muss man sagen. Und danach hat man das eigentlich nicht wirklich aufgearbeitet. Und das war dann für viele Leute in der 68er-Generation eben genauso ein alter Zopf wie halt viele andere Dinge, die kritisiert worden sind. Da waren Männerchöre einfach nicht die Speerspitze der Modernität, sondern eher ein Hort des Konservatismus. Und manche Männerchöre haben das geschafft, das aufzubrechen und einen Weg zu finden, wie man in die Zukunft gehen kann. Aber viele haben sich eben ausgeruht auf diesem Erbe der Tradition und haben es verpasst, rechtzeitig die Weichen zu stellen, um einfach neue Wege zu gehen und anzukommen in unserer heutigen Zeit. Also gerade Musikvereine, die haben es ja auch irgendwie geschafft und haben sicher auch eine Zeit lang ein angestaubtes Image gehabt. Aber da sieht man Nachwuchsarbeit, was bei Männerchören, also was ich so mitbekomme, komplett fehlt, oder? Genau, also das kann man jetzt aber nicht nur für die Männerchöre sagen, sondern muss man sagen, für die Chorszene als Ganzes. Also die Musikvereine haben das vorbildhaft schon vor Jahrzehnten angegangen, dass sie ihren Nachwuchs selber ausgebildet haben, da auch einheitliche Ausbildungsstandards für eben die ganze Republik erarbeitet haben. Darf ich da kurz anhaken, hatten die Musikvereine auch mal so eine Krise? Da bin ich zu wenig Experte, um das beurteilen zu können. Aber jedenfalls hat man dort etwas weitsichtiger agiert. Und vielleicht war es auch so, dass dadurch, dass man eben das Instrument erst spielen lernen muss und ja überhaupt auch erst mal ein Instrument braucht, auf dem man spielen kann, was ja jetzt nicht jedem einfach auch gegeben ist, dass man die finanziellen Mittel hat, ein Instrument anzuschaffen, da haben die Musikvereine halt schon sehr früh einfach Leihinstrumente angeschafft und die ausgegeben an die Kinder und Jugendlichen und die dann eben selber ausgebildet an den Instrumenten. Das hat man ja bei der Stimme in der Form nicht. Wobei, dann wäre es noch einfacher. Da müsste man dem Kind nicht mal ein Instrument kaufen. Ja, nur nicht jeder Sänger, der im Männergesangverein singt, ist auch ein geborener Gesangslehrer. Das ist ein bisschen das Problem. Also viele von denen können auch keine Noten lesen und sind auf der Ebene einfach doch noch viel mehr Amateure im Sinne von Liebhaber, als es eben im Musikverein ist. Der durchschnittliche Musiker im Musikverein ist einfach rein musiktheoretisch schon besser ausgebildet als der durchschnittliche Sänger in einem Gesangverein. Insofern, da haben alle Chöre, glaube ich, die Sachen ein bisschen schleifen lassen, was die Nachwuchsarbeit angeht. Und jetzt gibt es von der Deutschen Chorjugend da eine große Initiative in den letzten Jahren, dass man sich bemüht, deutschlandweit einheitliche Ausbildungsstandards einzuführen. Das ist die sogenannte DE-Ausbildung, wo es eben darum geht, dass die Kinder und Jugendlichen, so wie eben Schwimmabzeichen, Seepferdchen etc., ähnliche Abzeichen auch in der Chormusik erwerben können, einfach bestimmte Levels und Skills erreichen können im Singen, sodass man die quasi auch trainiert und vorbereitet darauf, dass sie eben besser Chor singen können. Aber das ist eine Bewegung, die halt ganz am Anfang steht und wo sie Musikverein und Jahrzehnte Vorsprung haben. Wann haben Sie ja nicht angefangen zu singen? Ich habe angefangen zu singen mit vier im Kinderchor meiner Mutter. Und da meine Eltern begeisterte Chorsänger waren, mein Opa Chorleiter, bin ich da also so früh wie möglich mitgeschleppt worden in den Kirchenchor und bin da immer drin geblieben bis eben zum Studium. Und dann habe ich hier angefangen zu singen. Sie waren auch mal Dirigent, also Sie dirigieren viele Chöre, vor allem gemischte Chöre, aber einmal haben Sie auch einen Männerchor in Ihren Städten dirigiert. Was war da so Ihre Erfahrung? Das war für mich damals eine ganz neue Erfahrung, weil ich eben davor mit Männerchor nur sehr peripher was zu tun hatte. Und das war vielleicht auch keine ganz typische Erfahrung, weil es in Ehrenstädten einen Vorgänger von mir gab, der über viele Jahre mit sehr viel Energie und Power daran gearbeitet hat, dass dieser Chor eine Zukunft hat. Also das Repertoire umgestellt, hat Comedian-Harmonist-Songs reingenommen, hat andere Sprachen angefangen zu singen, hat auch das traditionelle Kernrepertoire gepflegt, der Männerchöre, so das Liedgut des 19. Jahrhunderts, aber hat eben auch die Perspektive geweitet und geöffnet. Seemann-Sieder haben wir keine gesungen. Ne, das ist jetzt so ein neuer Trend, glaube ich, der so langsam in die Männerchöre reinschaut. Es gibt zwar die Shanty-Chöre, die sind ja eine eigene Gattung, aber die sind von Natur aus eher in Norddeutschland zu Hause, die kommen erst ganz langsam hier unten in Süddeutschland an sozusagen. Okay. Gab es da aber auch, ich weiß nicht, was der Altersschnitt in Ihren Städten war, aber sonst, was man jetzt so hier hört, ist ja mittlerweile so bei über 70. Gab es da auch Widerstand, wenn Sie versucht haben, so ein neues, modernes Liedgut, vielleicht auch englische Sachen einzuführen? Also tatsächlich jetzt bei mir nicht so, weil diese Kämpfe hatte alle mein Vorgänger schon ausgefochten sozusagen und ich glaube, alle, die das nicht wollten, hatten den Chor zu dem Zeitpunkt auch schon verlassen und die, die noch da waren, das war eben doch für einen Männerchor, muss man sagen, überdurchschnittlich junge Truppe, wo wir eben auch noch ein paar um die 40-Jährige dabei hatten. Natürlich gab es auch die älteren Sänger, also die, die mitgelaufen sind, aber die waren eben überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist, dass man nur so eben weiterkommen kann und haben da eigentlich alle an einem Strang gezogen auch. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, Sie halten so den klassischen Männerchor nicht für zukunftsfähig und der wird Ihrer Meinung nach auch verschwinden. Glauben Sie trotzdem, man kann den Trend umkehren und durch verschiedene Maßnahmen eine Erneuerung hinbekommen? Absolut. Ich würde das auch differenzieren wollen bei klassischem Männerchor von der musikalischen Gattung klassischem Männerchor, weil die hat, glaube ich, nach wie vor eine Zukunft. Die wird halt anders weitergeführt werden, als wir das noch kennen. Diese Volksbewegung, dieses, wie Sie es eingangs gesagt haben, in jedem Dorf, in jeder Stadt im Männerchor, das wird es so in Zukunft sicher nicht mehr geben. Aber wir sehen jetzt schon bundesweit, dass es eben gewisse Inseln gibt, wo es sehr wohl Nachwuchs gibt im Männerchor-Bereich. Und auch hier in der Region gibt es ja einige Beispiele, die zeigen, dass es funktioniert. Welche denken Sie da? Also zum Beispiel in Tunsel, in Elzach der Männerchor, die sind mittlerweile auch bei Social Media, die machen Aktionen wie Stadtradeln mit und solche Sachen. Also sind da recht aktiv. Ich denke, man muss da eben unterscheiden zwischen der musikalischen Gattung und dem klassischen Bild des Vereins Männerchor, der eben so eine Säule ist, wie die Freiwillige Feuerwehr und der Musikverein und so weiter. Das wird, glaube ich, in der Form sich nicht weitertragen in den nächsten Generationen. Aber die musikalische Seite der Arbeit als Männerchor, die ist, glaube ich, nach wie vor interessant und attraktiv. Und die Chorleiter und die Chöre, die das schaffen, da ein ansprechendes Profil zu entwickeln, die haben auch eine Zukunft. Das heißt, dann geht es eher in Richtung Projektchöre, wenn Sie sagen, der Verein hat ausgedient? Das kann ganz verschiedene Ausprägungen haben. Also es gibt zum Beispiel stilistisch im Männerchor aufblühend jetzt in letzter Zeit den Barbershop-Gesang. Das war ein, Barbershop ist eine, wie soll man sagen, eine Untergattung vielleicht von Jazz-Pop. Also man behauptet eben, dass in den Friseursalons in den Südstaaten sich das entwickelt hat, ein mehrstimmiger Männerchor-Gesang. Und dieses Repertoire, das ist so nach und nach über den großen Teich geschwappt und ist jetzt einer der jüngsten Verbände im Deutschen Chorverband, ist eben Bing, Barbershop in Germany, die auch eine sehr, sehr enge Szene sind, die sich also regelmäßig treffen zu großen Festivals und Workshops und ja, auch vom Altersdurchschnitt her einer unserer jüngsten Verbände jetzt sind. Das sind halt doch deutlich kleinere Ensembles. Das kann sein, nur ein Quartett oder ein Oktet oder vielleicht zwölf Leute. Da gibt es auch gemischte Chöre, aber es ist eben sehr fokussiert auf diesen ganz speziellen Stil. Und wie klingt der? Oder kann man den vergleichen? Naja, vielleicht am ehesten so vom Klangbild Richtung Spirite, Gospel, so in die Richtung. Aber eben weltliches Repertoire, kein geistliches Repertoire. Und was es eben auch gibt, sehen wir um die Knabenchöre rum, also zum Beispiel bei den Limburger Domsingenknaben oder Regensburger Domsingenknaben. Da entwickeln sich regelmäßig Männerensembles raus, die wir dann auch bei den Wettbewerben sehen, also beim Deutschen Chorwettbewerb, die da immer sehr erfolgreich abschneiden, manchmal dann auch eine längere Konzertkarriere anstreben. Bocapella Limburg ist ein Ensemble, das auch hier in der Region schon zu Gast war. Jetzt gerade beim Deutschen Chorwettbewerb war ein Männerchor, ein ganz junger Männerchor, die Fortissi Bros aus Schwerin, die sich aus dem Goethe-Gymnasium dort gebildet haben. Da gibt es einen Musikzug und die haben das entdeckt, dass ihnen das Spaß macht und haben dann eben nach dem Abitur gesagt, das wollen wir weitermachen und haben das jetzt auf sehr hohem Niveau weitergemacht. Die singen eben auch ganz klassische Männerchorliteratur, aber eben mit jungen Leuten und auf einem sehr hohen sängerischen Niveau, muss man sagen. Jetzt haben wir einmal diesen Niedergang der klassischen Männerchöre und auf der anderen Seite nimmt die Zahl der gemischten Chöre zu. Also ich habe mal geguckt, von 1960 bis 2020 hat sich diese Zahl vervierfacht in Baden. Wäre es dann nicht logisch oder läuft es darauf hinaus, dass sich Männerchöre einfach auch mischen, dass es einfach Frauen halt auch in die Chöre aufgenommen werden? Also das machen manche Männerchöre eben aus der Not, dass es eben zu wenig Leute sind, die weitermachen. In meinem Männerchor wurde das damals auch diskutiert und da war die überwiegende Meinung auf keinen Fall, weil man eben unter sich sein möchte und eben dieses Spezifikum des Männerchors, diesen besonderen Klang, aber eben auch diese Gruppenidentität erhalten wollte und sich da eben nicht mit den anderen Chören gemein machen wollte sozusagen, sondern gesagt hat, das ist unser Stil, das wollen wir singen und wenn wir in den gemischten Chor gehen wollen, dann haben wir die Auswahl. Da gibt es ja zehn gemischte Chöre in der Region, wo wir überall sofort hingehen könnten. Da wird jeder Mann mit Kusshand gerne aufgenommen. Also da verlieren wir unsere Identität, das bringt uns nicht weiter. Und tatsächlich ist es statistisch gesehen auch so, dass eigentlich die Chöre, von denen wir das wissen, also wo wir die Zahlen haben, die dann Frauen aufgenommen haben, dadurch nicht mehr Mitglieder gewonnen haben. Also eigentlich haben dann relativ bald viele von den ältesten Männern aufgehört, weil sie gesagt haben, das gefällt uns so nicht. Und dann sind halt Frauen dazugekommen, aber der Verein an sich hatte dann keinen großen Gewinn. Dann war es ein Frauenchor mit ein paar Männern. Oder eben ein gemischter Chor mit wenigen Männern. Das ist schon so, dass in gemischten Chören die Männer deutlich in der Zahl sind. Man kann so sagen, zwei Drittel zu ein Drittel ist so die Quote in der Regel, ja. Wie erklärt sich das? Also grundsätzlich glaube ich, dass generell weniger Männer in der Gesellschaft einfach singen, weil auch einfach die Kompetenz von Männern in Fragen der Kunst von Anfang an eigentlich weniger gefördert wird. Also schon wenn man Kindergarten, Grundschule, Schule sieht, da werden Männer doch eher immer Richtung Sport, Richtung Technik auch ein bisschen gedrängt. Das ist einfach so das Bild, das wir haben von Männlichkeit in unserer Gesellschaft. Und alles, was irgendwie mit emotionaler Ausdrucksfähigkeit zu tun hat, das ist halt eher Frauensache, soziale Kompetenzen etc. Und das bildet sich, glaube ich, auch in der Chorszene so ein bisschen ab, dass eben deutlich weniger Männer grundsätzlich zum Segen kommen, dass Frauen sich damit leichter tun. Vielleicht Frauen auch generell ein bisschen schneller im Kontaktknüpfen sind, sich öffnen, immer was Neues ausprobieren, wo es bei Männern doch immer eine gewisse Überwindung vielleicht kostet, mal was Neues zu tun. Vor allen Dingen, wenn ich es in der Gruppe tue. Also wenn ich es nicht für mich alleine mache, sondern wenn ich damit ja auch eine Seite von mir anderen Menschen öffne, die sonst keiner zu sehen kriegt. Das ist vielleicht ein größerer Schritt, gerade eben für Männer, die über den Stimmbruch hinaus sind. Ich glaube, bei Kindern ist da eine ganz große Offenheit da. Da könnte man auch viel mehr fördern in die Richtung. Und das ist vielleicht auch die größte Aufgabe, die wir haben als Chorszene und als Gesellschaft, als Ganzes, dass wir das schaffen, aus dieser Krise rauszukommen, dass wir zu wenig Musiklehrer haben, dass Musik als Schulfach oft abgeschafft wird oder eben gar nicht stattfindet, weil es keine Lehrer gibt. Und dass oft Lehrer, wenn sie unterrichten, fachfremd sind, selber keine stimmliche Ausbildung haben, nicht wissen, in welcher Tonlage man mit den Kindern am besten singt und so weiter. Also das ist ein Riesenberg, der da auch nicht nur hier in Baden, sondern wirklich bundesweit vor uns liegt. Gibt es da Initiativen oder sind Sie selber da auch aktiv, dass Sie sagen, in der Schule muss, oder vielleicht auch schon im Kindergarten? Da gibt es sehr viele Initiativen tatsächlich. Es gibt in Nordrhein-Westfalen gibt es das Konzept der Singpause zum Beispiel, also wo in ganzen Schulen, in jeder Pause gesungen wird. Es gibt hier im Schwäbischen Chorverband ein Modellprojekt, wo mithilfe von Bundesfördermitteln Musiker engagiert worden sind, die durch die Schulen wandern und tatsächlich im Unterricht singen. Also das heißt, es kommt ein Musiker in die Mathestunde rein und dann wird 20 Minuten gesungen und dann geht er weiter in die Englischstunde und dann wird da 20 Minuten gesungen und so weiter. Also das ist einfach eine Priorität, dass man gesagt hat, wir als Schule schaffen das nicht mehr, alleine den Musikunterricht aufrechtzuerhalten. Wir brauchen Hilfe von außen und dafür geben wir dann eben auch Kompromisse ein und öffnen unseren alltäglichen Unterricht, weil nur so es überhaupt zu gewährleisten ist, dass jedes Kind damit mal in Kontakt kommt. Aber das ist natürlich eine Riesenaufgabe, wenn man sich überlegt, wie komplex unser Schulwesen ist, wie viele Zuständigkeiten. Es gibt die ganzen Versicherungsfragen. Es muss eine Offenheit von der Seite der Schulleiter da sein. Es muss eine Offenheit von Seiten der Lehrer da sein für das Fach. Die Eltern müssen mitspielen. Also das sind so viele Menschen, die man miteinander in Verbindung bringen muss, dass jeden normalen ehrenamtlich tätigen, nicht nur Männergesangverein, sondern auch Gemischenchor, einfach erstmal überfordert. Da braucht man wirklich Profis, die halt Kulturmanagement betreiben, dann in diesem Bereich. Sie haben es gerade schon erwähnt, also selbst wenn Jungs, also das kann ich jetzt von meinem Sohn, von einem Vierjährigen bestätigen, ohne dass man irgendwie dazu bewegt, dass man ständig singt. Also diese Leidenschaft ist da, aber dann kommt natürlich bei Jungs diese Naturkatastrophe Stimmbruch. Und man hatte das berühmte Beispiel Heintje, auch der ja in den 60er, 70er Jahren ja alles an die Wand gesungen hat und dann kam der Stimmbruch und damit auch der Karrierebruch. Was ist da so Ihre Erfahrung? Springen da tatsächlich an dem Punkt ganz viele junge Sänger auch ab oder wie kann man das überhaupt in den Griff bekommen selber? Also ich habe es in meiner Chorleiterkarriere erlebt, dass immer wenn ich Männer anspreche, ob sie nicht vielleicht mal mitsingen möchten oder es mal ausprobieren wollen, die Standard-Aussage ist, ich kann nicht singen. Und wenn man dann weiterfragt, wieso glaubst du denn, dass du nicht singen kannst, dann kommt irgendwann der Spruch, naja, das hat mir mein Musiklehrer gesagt. Also stell dich in die Ecke, du brummst, sei ruhig und so. Das ist eine Erfahrung, die viele Männer gemacht haben in der Generation 40 plus, sage ich mal. Und in meinem Studium war das auch schon ein großes Thema, dass man gesagt hat, also seid da bitte vorsichtig, wie ihr mit den Jungs umgeht, wenn die in diese schwierige Phase kommen und welche Strategien gibt es, dass man die trotzdem in der Gruppe halten kann, dass man die begleiten kann auf diesem Weg durch den Stimmbruch. Wie kann der vielleicht ein bisschen weniger dramatisch verlaufen? Welche Übungen gibt es dafür? Wie geht es? Also wenn man im Stimmbruch ist, ist das Singen gerade tabu? Also kann ich jetzt für mich persönlich zum Beispiel sagen, ich hatte zwar auch einen Stimmbruch, aber ich habe immer durchgesungen. Also ich bin vom Soprano in den Alt gerutscht, in den Tenor in den Bass und wieder zurück in den Tenor. Bei den Domsingen-Knaben hier gibt es die sogenannte Mutantengruppe, also wo alle, die halt in den Stimmbruch kommen, kriegen eine eigene Gruppe, werden da stimmpädagogisch auch begleitet. Das nennt man Mutantengruppe. Mutantengruppe. Die nennen sich dort Mutantengruppe, genau. Ist wahrscheinlich auch so ein Insiderwitz dann für die. Aber dort werden die eben auch betreut und begleitet und sobald die halt wieder einigermaßen Land sehen stimmlich, gehen sie auch wieder zurück in den Chor. Also verlassen einfach die Gruppe nicht und die Gemeinschaft nicht. Und das ist, glaube ich, so in der Schule der schwierige Punkt, dass man eben verhindert, oder nicht verhindert, aber das so begleitet, dass eben in dieser Zeit die Jungs nicht sagen, okay, dann spiele ich jetzt halt Fußball, da habe ich das Problem nicht und dann komme ich halt nicht wieder zurück. Aber auch das ist keine Aussage, die die Allgemeingültigkeit hat, weil wir von der Forschung wissen, dass alle Kinder und Jugendlichen, die in ihrer Kindheit und Jugend positive Erfahrungen mit Singen gemacht haben, die haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die später in ihrem Leben wieder Chor singen werden. Aber wenn ich halt nie diesen positiven Kontakt hatte, dann suche ich mir andere Hobbys und bleibe auch mit ihnen. Okay. Ja, Sie haben die Positivbeispiele in Freiburg, oder in der Region haben Sie schon genannt. Sie haben jetzt einen Chor, bisher einen Männerchor nur dirigiert, konzentrieren Sie sich eher auf gemischte Chöre. Wenn Sie jetzt nochmal einen übernehmen würden, wie gingen Sie da vor? Wie würden Sie den Flut machen? Also ich glaube, dass viele Männerchöre, die ich so wahrnehme, eben auch aus der Verbandsperspektive, da hat man ja noch ein bisschen mehr einen Überblick, eben über ganz Baden oder auch Deutschland, da erleben wir immer wieder, dass wir so Feedback bekommen, dass es in diesem Chor niemanden gibt, der eine E-Mail-Adresse hat, zum Beispiel. Und wenn es an solch einfachen Dingen schon scheitert, dass man sich organisiert oder dass man überhaupt was mitkriegt, was so in der Welt sonst los ist, dann ist, glaube ich, auch da keine Chance mehr, irgendwie Anschluss zu finden an die Entwicklungen, die halt jetzt gerade da sind. Ich glaube, dann muss man schauen, dass man so eine Arbeit, die dort ist, wertschätzend begleitet, bis eben ein natürliches Ende erreicht ist, sage ich mal so. Und ansonsten glaube ich, dass der Weg für eine Erhaltung dieses Erbes Männerchor tatsächlich nur darüber führt, dass man neue Ensembles gründet. Weil das kriege ich auch immer wieder, auch von meinen eigenen Sängern gesagt, dass sie das eigentlich sehr schätzen, die Gattung, und sich immer freuen, wenn ich mal ein Stück für Männerchor in ein Konzertprogramm auch programmiere, dann die Frauen sich mal hinsetzen und zuhören und sagen, Mensch, das klingt aber eigentlich ganz schön, können wir nicht auch mal nur ein Männerchor-Projekt machen und so. Also da gibt es durchaus eine Offenheit, ein Interesse. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das quasi so bündeln, wie kann man alle Männer finden in Freiburg oder dann eben in einer bestimmten Region, die das interessiert und kann die fördern und ermutigen, gründet doch mal einen Verein, fangt mal an. Vielleicht gibt es da ein Revival eben des Männerchors auch. Es gibt so Projekte in Karlsruhe zum Beispiel, Mann singt, ist so ein Projekt. Oder es gibt die Männerchor-Akademie vom Badischen Chorverband, wo eben junge Männer sich treffen können und dann von einem Profi angeleitet werden. Und da entstehen vielleicht so Keimzellen, die dann in ihrer Region wieder was Neues aufbauen können. Jetzt blicken wir noch kurz voraus. Am 30. Juni findet wieder die Freiburger Chornacht statt. Zum sechsten Mal treten da auch Männerchöre, reine Männerchöre auf? Tritt leider kein reiner Männerchor auf bei der Freiburger Chornacht. Die Chornacht hat sich gegründet aus der Konzertchor-Szene in Freiburg. Das heißt, viele dieser Chöre singen gerne und regelmäßig auch A Cappella-Programme oder eben auf recht hohem Niveau Musik. Und da, in dieser Liga haben wir einfach in Freiburg schon sehr lange keinen Männerchor, der da mithalten kann oder auch möchte. Ich habe es in meiner Tätigkeit im Saarland manchmal gehört von Männerchören, wenn es irgendwie hieß, warum wart ihr nicht bei dem Festival oder warum wart ihr nicht bei dem Workshop, dass dann gesagt worden ist, hat 10 Minuten, so lang fahren wir nicht mehr oder das ist uns zu spät am Abend, da wollen wir schon zu Hause sein und so. Und die Freiburg Chornacht ist halt von 19 bis 24 Uhr, also das ist vielleicht dann auch nicht genau die Zeit, in der jetzt ein klassischer Männerchor gerne noch auftreten will heutzutage. Aber wir haben dafür alles andere, also Sie haben es ja eben gesagt, die Männerchore an sich, die haben sich zwar halbiert, aber insgesamt die Chorszene floriert und das sieht man auch bei der Freiburger Chornacht, also wir haben da stilistisch alles vom Freiburger Jugend Jazz Chor Voice Event über die Mädchenkanterei im Freiburger Münster, die Freiburger und der Unsinn-Knaben, der Freiburger Bachchor, Kamerata-Vokale Freiburg, also es ist wirklich die ganze Bandbreite des Chorgesangs, die es in Freiburg gibt auf diesem sehr hohen Niveau, die ist da auch da und singt zwei Sets à 20 Minuten über den ganzen Abend verteilt auf fünf Innenhöfen, also das ist immer eine ganz, ganz wunderbare Stimmung bei bestem Sommerwetter, so hoffen wir es zumindest. Wo sieht man Sie da? Ja, ich bin mit dem John-Shepard-Ensemble dort und wir sind um 19 Uhr im Schwarzen Kloster im Innenhof und dann nochmal gegen 21 Uhr beim Adelhauser Kloster. Gut, dann viel Erfolg für die Freiburger Chornacht und auch so für Ihre Tätigkeit. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und Ihnen zu Hause vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst. Ciao.